. Ludwig. Wie geht es dir? Passt. Was machst du hier? Ich wollte nach dir sehen. Danke. Aber du musst jetzt gehen. Ich hab dich vermisst. Das muss alles so schrecklich für dich sein. Du bist so allein. Ich hab die ganze Zeit an dich gedacht. Ludwig, ich will dich glücklich machen. Das haben wir beide verdient, glücklich zu sein. Es tut mir leid. Aber ich hab dir doch gesagt, dass wir uns nicht mehr sehen dürfen. Aber du hast mir doch gesagt, wie unglücklich du mit Johanna bist. Du hast mir erzählt, wie gern du frei wärst. Jetzt bist du frei. Und du spielst allen den trauernden Witwer vor. Schleich dich. Aber ich hab's doch für dich getan. Was willst du damit sagen? Johanna war eine Hexe. Du hast so gelitten, wie sie dich behandelt hat. Das hast du nicht verdient. Ludwig. Du hast jemanden verdient, der dich von ganzen Herzen liebt. Der alles für dich tut. Ich will doch nur mit dir zusammen sein. Und wenn ich dich nicht bekomme, dann sorge ich dafür, dass dich keiner kriegt. Es gibt hier nur eine Hexe. Ich werde dir versorgen, dass sie dich aufknüpfen. Ich werde dir das einfach mal persönlich machen. Aber ich habe mir geholfen können. Ich gehe jetzt das einfach mal zurück zu meinem Gelegen. Ich darf nicht immer mal zu glücklich. Ich will mich gut nach Hause zurück. Das ist schaarschll. Ich kann mich nicht Social. Ich kann euch gleichจen. Ich kann euch nicht so gut nach dem Vorsicht. Untertitelung des ZDF, 2020